Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trouble in Mineville. Ich zeig das Ganze heute mit Basti Apple LP. Hallo. Hallo. Und wir spielen das auf der Map Mineville und die werden eine Traitor-Runde machen. So, wir machen auch gleich direkt Traitor. So, ich muss nochmal den BP nach vorne holen. Ich auch. So, wir spielen wahrscheinlich auf Mineville. Und hier steht schon ein Haufen Leute, die uns kennen. Ja, richtig cool auf jeden Fall. Also, falls die das sehen... Ich sehe das immer wieder. So, 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 so. Warte, ich hole mir kurz... Ich hole mir schnell Sachen... Warum habe ich einen Stack Pfeil und zwei Bögen? Echt? Ja. Wie geil. Und ich habe kein Schwert, aber das... Warte, warte. Ich habe noch nicht eingegeben. So, Slash Traitor. Ja, jetzt bin ich. Ah, gut. Ich habe schon gedacht, das wird wieder nichts. Okay, das ist gut. Ja, jedenfalls Traitor-Runde. Wir werden versuchen, alles hier zu rocken natürlich. Und dann werden wir mal sehen, wie die Runde so wird. Hoffen wir, natürlich gut, ne? Jo. Okay. Gut, der Basti möchte auch noch was sagen. Vielleicht kann er das jetzt ganz kurz erwähnen. Richtig. Ich habe nochmal kurz ein paar Infos, Nachrückungen, was auch immer. Einmal habt ihr das gerade gesehen. Ich habe ein neues Intro. Ich habe mein altes abgelegt, so von mir. Einfach so, keine Ahnung. Einfach mal so neue Fassaden aufreißen. Das neue Intro ist von Subflex. Der Kanal-Link von ihm steht auch nochmal bei mir in der Videobeschreibung. Dann habe ich auch noch den Apfel, der unten rechts bei mir in meiner Ecke ist, entfernt. Der ist jetzt mein Comic-Männchen, das jetzt unten links ist. Und das LBT-Projekt wird mit Folge 100 eingestellt. Das war es so kurz und knapp. Bei weiteren Fragen schreibt es mir in die Kommentare. Genau. Boah. Und das war auch eigentlich schon perfekt das Ende, denn wir sind jetzt in der Traitor-Runde mittendrin. Richtig. Ich würde sagen, wir treffen uns doch einfach mal im großen Haus, oder? Großes Haus, großes Haus, großes Haus. Das hast du ja genau. Okay, da. Wo auch die Ender-Chest drin ist, ne? Äh, ja, können wir machen, wenn du willst, oder? Wir treffen uns da, wo, ähm, da am Hafen, sag ich mal. Da, wo das große Haus ist. Am Hafen? Ja, okay, da können wir auch hin. Okay, ich bin jetzt gleich am Hafen. Okay, ich bin... Ah, da bist du, okay. Dann lass uns erstmal direkt die einen oder anderen killen, oder? Alter, verstehst du mich? Nee, das war der LBO da. Ach so, okay, verstehe. Ja, ich habe das Karma gekriegt. Okay. So, und jetzt hier ist auch noch der eine Phönix, ne? Der ist auch so ziemlich forever lone. Der will auch nicht mehr lange leben. Nee, auf keinen Fall. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf, nur ich muss jetzt ein bisschen drauf achten. So, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen, und da ist oben noch der Alexander Rot. Der ist ganz gefährlich. Okay. Ich bin jetzt ganz oben im Haus. Ich werde mal gucken. Okay, hier sind keine Innos mehr drin, das Haus ist ja nur leer. Alles klar, suchen wir uns jetzt einfach mal die nächsten Innos. So. Ich habe jetzt gerade 3000 Karma geknackt. 3000 Karma, nice. Glückwunsch. Das ist jetzt auch mit in der Runde mit drin. Okay, das ist gut. Ah, ich habe nur 925, aber ich habe einen neuen Account gemacht, deshalb... Ja, ich habe es gesehen, du hast doch irgendwie sowas so von 100 bis 0 gemacht oder sowas. Ich wollte eine 0 Karma Aufnahme machen. Ja. Voll lustig. Ja, aber genau, dann wurde ich Traitor. Wollen wir die... Ne, ne, warte, das sind zwei. Oh lol. Der laggt total. Ja, ich merke es, aber ich habe ihn... Ne, ich habe ihn nicht, aber er ist tot. Egal, passt schon. So. Ey, wie wird die einfach nur bashen, die Leute? Unglaublich. So, den habe ich. So, ich wurde auch mal gehittet über den Zaun drüber. Über die Hecke. Okay. So, hier ist einer ohne Schwert, auf den gehe ich jetzt mal. Alles klar. Jetzt hat er ein Schwert, aber ich werde ihn trotzdem bashen. Oh, jetzt habe ich den. Ah, macht nichts, ich habe dir eben auch einen gesnackt. Okay. So, also wir haben jetzt schon viele getötet. Ja, ist auf jeden Fall schon eine spannende Runde, würde ich mal sagen. Also ich glaube, Traitor gewinnt in dieser Runde. Auf jeden Fall Hammer geil. Ganz hoch, haus, 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 haus. Genau. Ja, super, jetzt bist du im Tester, das ist dein Vergehen. So, warte, hier ist noch einer hier, stopper. Oh, er ist tot. Und jetzt haben wir hier noch den einen Tester. Oh, weg, weg, weg. Oh, es wäre jetzt nicht so gut gewesen, wenn ich euch gekillt hätte. Oh, 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 der darf mich nicht töten. Oh, oh, oh. Auf, 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 auf. Nein! Oh, wer macht das die ganze Zeit mit den Creepern? Sorry, das war ich. Okay. Komm, den Typen kriegen wir noch. Okay, das hoffe ich jetzt auch mal. Ah, okay, gewonnen. Sauber, Traitor 5-1. Okay, war auf jeden Fall eine coole Runde. Fast 50 Karma gemacht oder so, keine Ahnung. Nice. Ich glaube, ich habe 30, aber ist ja eh nicht so schlimm. 40 Karma ist, glaube ich, noch mit Win. Also, wie viel hast du dann jetzt? Ähm, 955. Ich glaube, 40 Karma. Noch so eine Runde und du hast die 1000. Ja. So, dann komm, wir gehen jetzt einfach, komm, hier ganz YOLO. Äh, 29. 29, alles klar. Na, warte, der ist noch ein bisschen lang, lassen wir wieder runter. Okay. Der ist auch ein bisschen langer. Äh, äh, 25. Ja, komm, 25, 50 Sekunden, das passt. Dann komm lieber auf 14. Da ist noch 10 Sekunden jetzt. 14, nein, 14, genau, 14. 14, 14, 14, 14, 14, 14. Machen wir noch eine Traitor-Runde auf der linken Seite. Noch eine Traitor-Runde. Hi. Äh, ja, komm. YOLO. Okay, eine. Traitor. Wie viele Pässe hast du jetzt noch? Äh, ich hab jetzt, glaub ich, noch 15 Pässe oder 14. Weiß ich nicht. So, Traitor, ich hab auch eingelöst. Kisten, 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 Kisten. Oh, die Map liebe ich ja sowieso als Traitor. Jo, die ist richtig nice. Ähm, also das ist die Clockwork Island Map, nur mal so nebenbei. So, jetzt hoff ich noch, dass ich noch einen Pfeil und Bogen kriege, also Schwerter hab ich schon mal. Jo, ja, ich brauch nur noch Steinschwert, sonst hab ich eigentlich alles. So, da vorne ist noch eine Kiste. Und ich hab alles. Okay, nice. Gut, ich hab jetzt auch eine Kiste gefunden, dann hab ich auch erst mal alles. Nice wäre es jetzt, ah, da ist noch eine Kiste. Okay, dann mach ich mal ein paar, äh, dann bekomm ich mal ein paar Pfeile. Mehr paar Pfeile. So, ich versuche mir mal da hinten noch schnell ne Dings zu ziehen. Sag schon. Ne, ähm, Eisenschwert. Enderchest, genau. Das versuche ich jetzt einfach noch kurz. Ich weiß da hinten, wo, von dem Schiff, woher, wo ich herkomme, da ist auch nochmal eine Enderchest, aber das juckt mich jetzt nicht. Ich mag die hier oben mehr. Okay. Oh, 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 das wird ganz eng, das wird ganz eng, das wird ganz eng. Die steht leer, die steht leer, hier ist kein anderer. Oh, und mein Eisenschwert. Komm, 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 komm. Okay, nice. Oh, und wir sind Traitor. Was ein Zufall. Oh, was ein Wunder. So, ich hab ein Eisenschwert. Okay. Gut, das ist nice. Ich weiß nicht, hast du ein Steinschwert? Ja, ich hab ein Steinschwert. Aber ist okay. So, das ist schon mal ein Typ, der jetzt sterben geht. Runter mit dir, du kleine Kanacke. Oh, oh, ich werd angegriffen. Oh, 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 ich bin echt tot, ich bin echt tot, ich bin echt tot. Ich bin tot. Oh ja, bei mir sieht's auch nicht so gut aus. Oh. So, warte, wo bist du? Wo bist du? Ich muss hier weg, ich muss hier weg und ich bin auch gestorben. Mist. Oh. Mist. Egal, oder? Ja, komm, die erste war umso besser. Genau, die erste war gut, die zweite, naja, eher weniger. Aber, ich mein... Ach komm, pass auf, wir haben jetzt gerade mal acht Minuten. Wollen wir noch irgendwas kurzes machen? Ja, eine Pokerrunde, oder? Okay, eine Pokerrunde. Eine Pokerrunde geht noch. So, ich schwimme ja nicht in Pässen oder so. Ja, dann tue ich wirklich nicht. Ja, ich auch nicht, also... So, und lass sechs Sekunden auf. Ah, keine Ahnung. Wo? Auf Trouble in my will. 23, 23, 23. 23. Nein, ich hab genau auf das Schild draufgeklickt und ich kam nicht mehr rein. Mist. 22, slash TL. Ja, komm auf die 22, 19 Sekunden. 22, okay. So, jetzt machen wir noch einmal kurz eine Pokerrunde. Genau, eine Pokerrunde und ich bin mit dem Pässen auch wirklich richtig sparsam. Also, ich benutze die nur in Aufnahmen, weil... Ich auch. Ich mein, die Leute wollen ja auch was davon haben. So. Okay, es geht jetzt auch schon los. Wieder auf der Map Frozen Cargo. Okay, was heißt wieder? Vor der Aufnahme wollten wir nämlich auf der Aufnehmen, deshalb aber... Das ist gut ein bisschen problematisch. So, ich hab eigentlich das Wichtigste, also ein Holzschwert ist ja nicht so wichtig. Aber den Rest hab ich. Gut, dann hab ich jetzt auch ein Steinschwert und ein Bogen. Wär auch noch nice. Ähm. So. Ich find hier grad irgendwie nichts. Naja, okay, einen Bogen hab ich jetzt zwar nicht, aber ein Steinschwert und ein Holzschwert, das ist eigentlich auch ganz okay. Wenn wir jetzt aus Zufall auch Traitor werden sollten, ist das natürlich nice, aber... Das wär wirklich nice. Aber ich glaub, ich hab noch sechs Pässe oder so, ey. Hm. Hm. Okay, 15 Sekunden verbleiben noch, bis wir dann starten. Ja. Okay, ich bin wirklich gespannt, was ich werde. Beziehungsweise was wir werden. Pokern, ne? Oh, ich bin Traitor, was ist das denn für ein... Du fragst mich. Alter. Ey, wie geil ist das denn? Du scheiß Glückspilz. So, wo bist du? Ich werd dich töten, du Kleiner. Wirklich? Ja. Nein, nein, komm ey. Nimm dich vor mir in acht. Okay. Nein, okay, ich lass dich. Lass dich. Okay. Ähm. Okay, mal testen. Crafting. Warte mal. Crafting. Das wird dann sogar die 1000 Karma Aufnahme, ist ja nice. Okay, zwei. Guck mal in den Chat. Unglaublich, was die Leute jetzt hier verlangen. Aber ich geh natürlich nicht in den Tester. Das ist eine logische Reise. Was hab ich geschrieben? Aber da, noch einer, noch einer hat das geschrieben. Ja, der hat... Sean Barry deshalb. Ja, wie soll ich sagen? Siehst du, der schreibt das nochmal. Lol, was greift der mich an? Lol. Okay. Lass mich. Lass mich, du Kleiner Coach Nabulant. Nein, ich bin tot. Was soll das? Guck, siehst du im Chat stand, dass ich innover. Ja. Ah, ich seh dich. Okay, ich werd jetzt noch versuchen, die 1000 Karma zu knacken. Mir fehlen noch 5 Karma. Gib dir Mühe, ich spectate dich. Alles klar. Oh, jetzt werd ich noch angegriffen. Weg hier, weg hier, weg hier. Du schaffst das. Okay. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Zeig dich von deiner besten Trickshot-Seite. Vielleicht mal versuchen. Ups. Ja, jetzt werd ich ja terrorisiert. Oh nein. Das war fail. Das war echt fail. Na ja, okay, die erste Runde wär ganz gut. Die erste, ja. Die anderen zwei ja weniger. Aber ich mein, jetzt sind 995 Karma. Eventuell wird dann eine 1000 Karma-Runde folgen. Also, seid gespannt. Und genau, an dieser Stelle würde ich auch mal sagen, das war's mit dieser Folge Trouble in Mindville. Schaut auf jeden Fall beim Basti Apple vorbei. Natürlich auch bei Crafting Pat. Genau, der Kanal ist selbstverständlich in der Videobeschreibung. Und falls euch Trouble in Mindville-Runde gefallen, dann zeigst du einfach mit einem Like oder mit einer Bewertung und einem Kommentar. Und genau, an dieser Stelle würde ich mal sagen, haut da rein, euer Crafting Pat und Basti Apple. Tschüss. Tschüss. Tschüss.